Frauen- und Mädchennothof Rosenheim e.V. und Jugendtreff-Logo präsentieren Add a Friend, wahre Freunde im Internet, ein Film zu Cyber-Grooming Hi, deine Tanzkills sind echt cool. Hast du mehr davon? Ja, ich füge dich hinzu. Geklappt? Ja, bin drin. Hey, das Foto im schwarzen Top ist echt nice. Steht dir voll gut. Süßes Pferdeposter. Ich stehe auch voll auf Pferde. Am liebsten hätte ich selber eins. Ich auch. Ich spare schon auf mein eigenes. Hey, bist du da? Ja. Was ist los? Elternnerven. Kenn ich. Meine auch. Immer stressen die rum und verstehen gar nicht, wie es mir eigentlich geht. Ja, genau. Ich will manchmal einfach nur meine Ruhe haben und mich mit meinen Freundinnen treffen. Oder chatten. Und ständig wollen sie genau wissen, was ich mache. Ich bin doch kein Baby mehr. Schade eigentlich, dass wir uns noch nicht getroffen haben. Wäre doch lustig, wenn wir uns mal sehen würden. Müssen wir ja nicht gleich unseren Eltern sagen. Ja, stimmt. Wo wohnst du denn? Gleich am Ende vom Park. Gartenstraße. Kenn ich. Ist nicht weit weg von mir. Wollen wir uns morgen nach der Schule treffen? Wir könnten zusammen im Park chillen. Sexueller Missbrauch kann auch im Internet beginnen und passieren. Hol dir Hilfe, wenn du ein komisches Gefühl oder Angst hast. Wende dich an eine Vertrauensperson. Wichtig ist, du bist nicht schuld. Wollen wir uns morgen nach dem Park.